Danke. Liebe Luzernerinnen und Luzerner, ich danke den Sicherheitskräften in den kommenden Tagen herzlich für ihren zusätzlichen Aufwand, den sie für die Sicherheit von ihnen machen, damit sie an die Fasnacht gehen können. Vor allem Feuerwehr, Polizei, Sanität, aber auch alle Fahrerinnen und Fahrer von Bus und von Zügen, die für einen guten ÖV sorgen. Danke vielmals. Vielen Dank.